Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial-Video. Die Grundlage eines jeden guten Bildes in der realistischen Malerei ist die Vorzeichnung. Hierzu gibt es viele verschiedene Techniken, die ich euch heute gerne vorstellen will. Anhand eines Beispielbildes will ich euch meine Art Vorzeichnungen zu machen genauer zeigen. Das heißt, wir machen Schritt für Schritt eine Vorzeichnung und kolorieren sie anschließend. Ihr könnt euch schon mal folgende Materialien bereitlegen. Eine Vorlage, am besten DIN A4, ein Blatt Papier in eurer gewünschten Größe, bei mir bei dem Beispiel wird das 40x30 cm sein, ein Lineal, ein Bleistift und ein Taschenrechner. Das Gute hierbei ist, egal wie ihr später das Bild koloriert, mit Acryl, Öl, Bleistift oder natürlich auch mit Pastell, bei der Vorzeichnung ist es vollkommen egal, welche Technik ihr später benutzt. So, legen wir los. Hier habe ich meine Vorlage ausgedruckt und rechts daneben mein leeres Blatt in meinem Wunschformat. In diesem Fall ist das hier 40x30 cm. Ich habe extra ein einfaches Motiv gewählt mit relativ wenig Fixpunkten, was ihr einfach nachmalen könnt. Jetzt kann sein, dass gerade der Anfangsteil ziemlich trocken und mathematisch ist. Lass euch davon aber nicht abschrecken. Um unser Motiv auf unser Wunschformat zu vergrößern, müssen wir die beiden Formate ins Verhältnis setzen. Ich hoffe, der Taschenrechner liegt bereit. Jetzt messen wir die Breite und die Höhe der Vorlage aus. Wir können hier auch noch das Seitenverhältnis ausrechnen, also Breite des Bildes durch die Höhe dividieren. In meinem Beispiel ist das Ergebnis 1,3. Bei meinem Wunschformat von 40x30 cm ist das Seitenverhältnis 1,33. Und das ist in etwa das gleiche Seitenverhältnis wie bei meiner Vorlage. Da die beiden Seitenverhältnisse etwa gleich groß sind, können wir ganz einfach das Motiv vergrößern. Jetzt müssen wir den Vergrößerungsfaktor errechnen. Ich teile hierzu die Breite meines Wunschformates durch die Breite meiner Vorlage. In meinem Fall hier ist das 40 cm geteilt durch 16,6. Dadurch ergibt sich in meinem Beispiel hier ein Vergrößerungsfaktor von 2,41. Dieser Vergrößerungsfaktor ist für uns sehr wichtig und er begleitet uns über die gesamte Vorzeichnung, also am besten irgendwo notieren. Jetzt suche ich mir für das Bild wichtige Fixpunkte aus. Diese habe ich mir mal in der Vorlage bei dem ersten Glas markiert. Jeder dieser Fixpunkte auf der Vorlage müssen wir jetzt vermessen und mit unserem Vergrößerungsfaktor hochskalieren auf unser Wunschformat. Fangen wir mit dem ersten Fixpunkt an. Die linke obere Ecke des linken Glases. Meine Motivwahl hier macht es uns jetzt natürlich einfach, weil viele Fixpunkte auf einer horizontalen Ebene liegen. Zum Vermessen unseres ersten Fixpunktes messen wir erst die Millimeter vom oberen Rand der Vorlage und multiplizieren das mit unserem Vergrößerungsfaktor, 2,41. Beispiel 1,3 cm vom oberen Rand in der Vorlage mal 2,41 Faktor ergibt 3,13 cm in unserem Bild. Danach messen wir die Entfernung unseres Fixpunktes vom linken Rand aus und wieder rechnen wir hoch mal unserem Faktor, 2,41, und übertragen das auf unser Bild. Unser erster Punkt sitzt jetzt richtig auf unserem Bild. Das wiederholen wir jetzt für alle vier oberen Punkte unserer Gläser. Wobei ich hier jetzt nur einmal von oben messen muss, wegen der gleichen horizontalen Lage der Punkte. Genaues messen ist bei der Methode essentiell, weil bei einem Messfehler von 1 mm auf der Vorlage ergibt das in unserem Fall 2,4 mm Verschiebung auf unserem Bild. Und je größer unser Bild wird, desto größer ist der Vergrößerungsfaktor und umso größer ist die Abweichung. Wie schon erwähnt, sitzen die ersten vier Fixpunkte, also die oberen, rechten und linken Ecken unserer Gläser auf einer horizontalen Ebene. Wir messen die Lage dieser Punkte vom linken Rand aus und skalieren sie hoch auf unser Blatt. Jetzt vermessen wir den oberen und den unteren Rand des Glases und übertragen das auf unser Bild. Also nach dem Vermessen und dem Setzen dieser ersten Punkte können wir diese schon verbinden. Um sicher zu gehen, dass auch alle Punkte richtig sitzen, kann man ruhig öfter mal zur Kontrolle nachmessen. Ihr könnt ruhig Punkte nehmen und vermessen, die euch selbst als wichtig erscheinen. Wenn ihr die leicht gebogenen Ränder des Glases lieber in das Bild rein improvisieren möchtet, ist das gar kein Problem. Das Messen dient nur zur Sicherheit. So einfache Stillleben wie hier eignen sich immer gut, wenn man mit der Pastellmalerei anfangen möchte. Es sind meist einfache Formen und einfache Farbverläufe. Dabei ist es egal, was man malt, ob Gläser wie hier, Obst, Flaschen und so weiter. Mein erstes Bild in 100 x 70 cm Größe waren Erdbeeren als Stillleben. Durch die Struktur der Erdbeeren war dies allerdings gar nicht mal so einfach. Und es geht weiter mit den nächsten Fixpunkten. Und wieder sitzen diese genau auf einer horizontalen Linie. Das heißt, wir brauchen wieder nur von oben maximal zweimal zu messen und den Horizont einzuzeichnen. Und dann auf dieser Linie viermal die entsprechenden Glasfixpunkte von links aus zu messen, skalieren und einzuzeichnen. Auch ein Stillleben, welches ich gemalt habe und immer wieder schön anzusehen ist, ist eine Maggi-Flasche. Die Farben Dunkelbraun bis Schwarz, Rot und Gelb zusammen mit den Reflektionen im Glas und der Aufschrift auf der Flasche passen in Szene gesetzt auf einem rein weißen Hintergrund. Das Ganze sieht sehr effektvoll aus. Schaut euch das Bild einfach mal auf meinem Instagram-Profil an. Übrigens, die Größe des Bildes war hier auch 100 x 70 cm. Mal ganz davon abgesehen, dass es für mich als Saarländer schon ein Muss war, eine Maggi-Flasche zu malen. Aber zurück zu unserem Bild hier. Und wieder haben wir weitere Punkte gesetzt, die wir verbinden können. Prinzipiell könnt ihr euch so viele Fixpunkte einzeichnen, wie euer Können ist oder wie ihr euch das Ganze zutraut. Je mehr vom Bild langsam entsteht, umso weniger Punkte müsst ihr ausmessen. Ihr könnt euch dann einfach am restlichen, bereits gemalten Bild orientieren. Das ist dann ähnlich wie beim Vorzeichnen mit Raster. Da orientiert man sich am Raster und bei unserem System hier orientiert man sich an den bereits gemalten Punkten und Linien. Manche Details im Bild könnt ihr auch einfach rein improvisieren. Je nachdem, was ihr euch zutraut. Kommen wir zu unseren letzten Fixpunkten. Diese wären 5 pro Glas. Bei den Rundungen am Fuß müssen wir immer die Punkte messen, die an den äußersten Rändern liegen. Vorher natürlich die 4 Punkte der Stiele ausmessen und setzen. Die unteren Enden der Glasstiele liegen hier auch wiederum auf einer horizontalen Ebene. Ich vergrößere hier ja meine Vorlage nur auf ein Format von 40x30 cm. Ist jetzt nicht so viel. Aber theoretisch könnt ihr dieses kleine 16,6 cm breite Vorlagenbild in ein großes 100x70 cm Gemälde verwandeln. Und zwar indem ihr alles beispielsweise mit dem Faktor 6 vergrößert, statt wie bei unserem Beispiel nur mit dem Faktor 2,41. Vielleicht tut ihr euch am Anfang noch ein bisschen schwer mit dem ganzen Ausmessen und Hochrechnen. Aber wenn ihr mal so 2-3 Vorzeichnungen in der Art angefertigt habt, bekommt ihr Routine darin. Aber trotzdem aufpassen. Ich habe mich hier in dem Beispiel auch einmal verrechnet, beziehungsweise einen gesetzten Punkt verwechselt. Diese Methode benutze ich jetzt schon seit etwa 30 Jahren. und hat sich für mich absolut bewährt. Na gut, mittlerweile gibt es ja schon Beamer für relativ kleines Geld und damit geht es schneller und einfacher. Falls euch das mit dem Beamer aber als zu viel Cheaten erscheint, dann macht eure Vorzeichnungen einfach mit meiner Methode hier. So, und während wir hier weiter die Fixpunkte setzen und hochskalieren, erzähle ich euch noch etwas über die anderen Techniken zum Vorzeichnen, die es da gibt. Zum einen gibt es einfaches Pauspapier. Das gibt es meist in Blau oder in Schwarz. Aber ich finde die blaue oder schwarze Farbe beim Durchdrücken nicht so schön. Bei Bleistiftzeichnungen passt das natürlich auch überhaupt nicht. Bei anderen Techniken, wie auch bei der Pastellmalerei, ist das nicht so dramatisch mit der anderen Farbe des Pauspapiers, weil diese Farbe halt beim Malen später abgedeckt wird. Weiterer Nachteil beim Abpausen mit Pauspapier, man kann die Vorlage nur eins zu eins übernehmen. Also die Vorlage wird nicht vergrößert auf ein größeres Gemälde. Mit einer Lichtquelle und einer Glasscheibe könnt ihr auch die Vorlage auf euer Papier durchscheinen lassen. Es gibt hierzu Leuchttische oder man macht das einfach stehend am Fenster. Vorteil, die Vorzeichnung kann man mit normalen Stiften machen und hat keine komische Pauspapierfarbe. Nachteil, es ist wieder nur eine eins zu eins Vorzeichnung. Das heißt, die Größe ist wieder gleich der Vorlage und das Papier darf nicht so dick sein, so dass es immer noch lichtdurchlässig ist. Bei Pastellmalerei mit 360 Gramm pro Quadratmeter funktioniert das nicht so gut. Ein Beamer ist halt die einfachste Alternative. Nachteil, man muss halt einen Beamer haben und der kostet, wenn man einen HD-fähigen Beamer haben will. Und den braucht man auch, damit man auch entsprechend große Bilder detailliert projizieren kann. Und ja, da ist man schon im Bereich 100, 150 Euro plus. Ganz ohne Technik gibt es neben meiner Alternative auch noch die Raster-Methode. Die dürfte eigentlich jeder kennen. Sie ist günstig und mit ein wenig Aufwand umzusetzen. Zurück zu unserem Bild. Mittlerweile sind wir an den letzten Punkten angekommen. Bei Rundungen vermesse ich immer die oberen, unteren, rechten und linken Ränder. Und hier habe ich mich auch schon verzeichnet. Wie ihr seht, kann das schnell passieren. Der ein oder andere falsche Strich bei der Vorzeichnung ist nicht schlimm. Den decken wir später beim Malen mit der Pastellfarbe ab. Übrigens, die Aufnahmen zu diesem Tutorial und auch die Aufnahmen meiner anderen Videos sind immer Mitschnitte meines Livestreams auf Twitch. Dort male ich drei bis vier Mal in der Woche regelmäßig vor Live-Publikum. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch gerne mal zuschauen. Einen wöchentlichen Streamplan mit Uhrzeiten findet ihr auf meinem Twitch-Kanal oder auf meinen anderen sozialen Medien. Die Links hierzu stehen unten in der Videobeschreibung. Unsere Vorzeichnung steht jetzt. Und jetzt kommen wir ans Kolorieren. Zum Kolorieren benötigen wir hier auch nur sehr wenige Farben. Schwarz, Weiß, zwei Grautöne, ein Rot und ein Blauton. Wir benutzen hier am besten auch eine Kombination aus normaler Pastellkreide und Pastellstiften für die feinen Reflexionen im Glas. Und wie ich auch schon in meinem Pastellgrundlagen-Video gezeigt habe, Farbe auftragen und verwischen, um fließende Übergänge zu schaffen. Und wer mein Pastellgrundlagen-Video noch nicht kennt oder noch nicht gesehen hat, das gibt es auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Einfach nachschauen. Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, wie ich meine Bilder versiegele, nachdem ich sie fertig gemalt habe. Also ich nehme immer spezielles Pastellfixativ. Ich nehme hier das Fixativ von Schminke, da ich auch überwiegend mit Schminke-Pastellfarben arbeite. Ich trage das Fixativ in mehreren Schritten auf, immer nur ganz leicht und lasse dazwischen immer ein paar Minuten trocknen. Und das mache ich so oft, bis nicht mehr viel Abrieb entsteht beim Anfassen. Ein bisschen Abrieb ist immer noch möglich, das ist aber nicht so schlimm. Anschließend wird jedes Bild hinter Glas eingerahmt. Und das war es auch schon mit meinem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war von der Materie nicht zu trocken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt für ein weiteres Tutorial im Bereich Pastellmalerei, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.